Oh, dann ist... Jo! Wieder ins Auge reinstecken. Aber so ein anderer, so ein anderer... Mist. Oh, da war was drin. Uh, richtig schön. So. Ja, ja, nein. Ja! Und... Ich bin ein Pyromane. Ich steh drauf. Mmm... Burger mit Pommes, du machst die selbe. Das ist schön. Weißt du, was geil ist? Du musst, äh... Das Burger-Paddy mit... Granat... Wie heißen die? Mit Granat... Granberries! Granberries müssen. Und wenn es so ne... Bonic Dills sind... So, so... Boom! Schau, aber immer drauf. Hey, Sam! Was? Hab bei Teddy schon eine Lektion mit dem Kletteis gemacht? Oh. Ich kann's mir schon vorstellen, dass da deine Ohren nicht ganz so begeistert davon waren. Ich hab's schon doch verkackt mit den Dingen. Ich wollte's einfach nur da reinlegen. Oh. Ach, Kacke. Jetzt ist mir doch zu blöd. Oh. 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 Hoppala. Dann nehme ich den Luschigen hier. Tja, das war's. Wie hüpfe ich nochmal? Ah ja. Okay. Hat schon beim ersten Mal nicht geklappt. Oh geil, aber der verbreitet Pfeile ohne Ende. Ist natürlich super. Oh scheiße, ich habe gar kein Master Schwert in der Hand. Wo ist mein Master Schwert? Wo ist der andere? Oh, ich habe kein Schwert in der Hand. Oh, es ist müde. Oh, das ist traurig. Ausrüsten. Weg mit dir. Oh, ein Knochenbobbogen. Sei mutig. Nimm das Schwert. Bei Garnern kannst du auch nicht Bomben werfen. Ach du, wer sagt das? Ich bei Garnern nicht Bomben werfen kann. Meine Angst. Stimmt. Blum, blum. Oh, ein Äuglein. Das ist natürlich toll. Der kommt in die Tasche. Und ganz viele Pfeile. Ach, der hat die Pfeile alle dahingeschossen. Das ist super. So lobe ich mir das. Oh. Ah, doch, das war gut. Da können wir noch ein Bock stoppen. So. 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 Was gibt es denn noch so hier? Da waren noch so viele. Habe ich die alle weggesprengt? Nee, da ist noch was. Oh, da hinten ist noch was. Nee, da ist ein komischer Vogel. Und ich mache mich nicht. Ein.